Die meisten sind schwierig. So, jetzt geht's los. Superliminal Puzzle Game mit Multiplayer? I didn't even know that. New Game. Und wir gehen rein. Do you find yourself prone to minimising massive dilemmas or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somniscope technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the Secondary Overflow parking lot at the University Medical Center. Somniscope, we'll make your dreams come true. Kamera Move Speed Dachte ich, würde 10 in Ordnung sein, aber das ist ja... Naja, manche Spiele so, manche Spiele so, wa? Okay, wie wir das jetzt beheben? Voicevolle Pulle, Musik übelst leise, so wie den Sound. Und jetzt sollte das, glaube ich, so sein. Gerne mal Feedback geben, das ist immer sehr, sehr gewünscht. Das ist sehr, 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 sehr lieb von euch. Das hilft mir immer sehr. So, und ansonsten natürlich, gebe ich mal kurz auf Discord Bescheid. Stream Announcement. Damit die Leute Bescheid wissen, weil vielleicht hat er ja eine andere Bock, sich das Spiel anzuschauen. Musik wieder noch ein bisschen lauter. Okay, okay. Ich würde noch kurz warten, bis Musik wieder einsetzt, zur Sicherheit. Okay, Terms of Service, ich habe unterschrieben. So, doch nochmal Indie-Option, MyBand. Jetzt haben wir nochmal Musik. Achso, das ist, weil links. Ja, okay. Dann machen wir nochmal ein bisschen. Noch eine 30, machen wir auch eine 30. Sound of 20, so. Und jetzt gehen wir hinein. Superliminal. Vertrag unterschrieben. Alles sauber. Alles gut. Die haften nicht, wenn wir sterben. Was wir wahrscheinlich tun. Äh, ja. Perception is reality. Grab. Okay. Okay, der ist jetzt größer. Aber wie habe ich den größer gemacht? Okay, okay. Er wird immer größer. Got it. Und mit dem müssen wir auch dann Brücken und sowas verbauen. Und Ausgänge. Äh, ja. Wie nehmen wir so eine Figur einfach mit für dich bauten? Wollen wir mal meinten. Aber kann ich die auch? Ah. Ja, okay. Ja, okay. Ich, 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 ich verstehe. Ich verstehe. Oh. Okay. Okay. Got it. Terms of Service accepted. Congratulations on falling asleep. Ein Geschenk. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids. Our interactive lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Das ist gut. Das ist geil. Okay, hier haben wir ein Schachbrett. Was wir auch einfach riesig machen können. Okay, okay. Okay, okay. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, okay. Gut, gut, gut. So, was haben wir jetzt? No objects beyond this point. Ah. Hm. Okay. Schade. Wait. Aber, 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 aber. Okay, okay. Erste, erste Rätsel. Wir können dich gleich verzeigen. Okay. Wenn wir hier draufstehen, geht die Tür auf. Got it. So, so wie im Portal. So wie im Portal. Schon mal gesehen. Schon mal gemacht. Das heißt, okay, okay. Das heißt, wir müssen entweder was finden, was wir da drauf packen können. Zum Beispiel ein Lautsprecher. Vielleicht hängt einer tiefer als der andere. Aber die hängen ja relativ gleich. Okay. Äh. Oder. Den Würfel, ja, ja. Den Würfel aus dem anderen Raum holen. Aber. No objects beyond this point at all times. Er ist leider, er ist leider sehr klein geworden. Oh. Oder wir können ihn vielleicht irgendwie doch rüberschmuggeln. Okay, ist zu klein. Ähm. Da, wo die Tür aufgeht. Ja, ja, aber. Die nicht. Okay, my bad. Ich dachte, Grabrange wäre nicht so. Können wir irgendwas immer grabben? Warte mal. Das habe ich noch nicht realisiert. Grabrange ist unendlich. Okay. Ja, okay, okay. Siehst du, das habe ich noch nicht gecheckt. Okay, okay. Das erklärt alles. Ja klar, ist ja auch ein Traum. Ja, stimmt eigentlich, ne. Haben sie gesagt. Wir schlafen ja und wir haben aber noch volle Kontrolle darüber. Hast du eigentlich recht. It's a dream. Okay, she does not care. Okay, but now what? Okay, same trick. Äh. Bäh. Ah. Sehr gut. Hold right to rotate. Yes, 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 yes. Okay. Okay. Riesiges Käse-Stück. Schönes Stück Baby-Bell hier. During Eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Da hat sie recht. Please complete the remaining orientation activities. Mhm. Mhm. Okay. Yeah, the mighty cheese. Ist natürlich jetzt hier a la Portal oder Stanley Parabel. Ja, wo wollen wir denn lang, Leute? Was würdest du dir sagen, Chat? Nehmen wir diesen etwas düsteren Weg aus der Facility raus? Draco schreibt direkt, ich bin für den geheimnisvollen Weg. Oh, da sind wir lamer. Na ja, was heißt lamer? Sind wir regelkonform? Das ist, sind wir regelkonform. Das ist, ne, weil, das ist schwierig. Aber ich bin eigentlich bei der Draco, geheimnisvoller Weg. Aber, aber, ich möchte, aber, aber, aber. Hm, nein, warte. Oh. Aha, 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 aha. Warte mal. Das wäre doch gelacht, wenn wir jetzt hier nicht, äh? 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 Das wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht irgendwas, okay, man, 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 man kennt kaum was. Also, na gut, aber ich nehme mir eine Soda mit. Wenigstens das. Ah, okay. Da. Mhm. Oh. Okay. Wir haben hier einen Würfel. Und, warte mal, kann ich, kann ich crouchen? Nicht, kann ich crouchen, okay. Wir haben einen Würfel. Wir müssen noch einen Schalter finden. Ah, das ist der Schalter. Ah, okay. Äh. Äh, nein. Verdammt. Okay, Moment, 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 Moment. Wir übersehen etwas, wir übersehen etwas. Äh, also, er rollt da runter. Vielleicht mal, hm, vielleicht eine kleine Brücke bauen oder so. Können wir irgendwas grabben? Nee. Hm. Ein komischer Raum. Hm, wir sehen auch nichts, was uns noch irgendwie helfen kann. Das ist wie Soda. Ja, stell dir mal vor, das ist, äh, du kriegst eine Soda-Flasche, die so groß ist wie ein Auto. Oh, warte mal, kann man eigentlich? Nee, kann man nicht. Warte mal, kann ich den nehmen, wenn ich draufstehe? Ja, okay. Okay, wie zur Hölle kriegen wir denn jetzt da hin? Oh, vielleicht muss ich ihn dahinter runterwerfen. Hm, warte mal, Perspektive. Ach, ich muss den größer machen, warte mal, wie mache ich das jetzt am besten? Äh, okay, okay, er ist ein bisschen größer, aber er passt noch durch. Ich kann ihn nicht werfen. Hm. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas übersehe ich. Item gibt's nicht. Wir können hier nichts durchbringen. Oh, warte mal. Wait, 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 wait. What the fuck? Okay, ja, das war nicht meine Tension, aber... Sure, 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 okay. Secret, secret, immer gut. Das ist immer praktisch. Oh, wenn's hier so mit Physik... Warte mal. Warte mal. So, 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 so. Es hilft alles nicht. Nee, das ist Schwachsinn. Schwachsinn. My bad. My bad. Das ist... Nee, 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 nee. Also, dass wir da die blaue Figur gefunden haben, ist gut. Das Collectible. Kleines Collectible. Ah, es hilft uns aber nicht hier in unserem Problem. Musst du den Würfel so ablegen, dass es aus deiner Perspektive so aussieht, als würde er auf dem Schalter liegen. Ah, das hatte ich nicht gerallt. Okay. Perspektive. Oh. Hm, Perspektive. Ah, ich hab zu hoch angesetzt. Und dann ist das... Okay, und dann war es schon am Glas. Ich danke dir, Draco. Ich danke dir, Draco. Das war mein Problem. Okay. 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 So, den wahrscheinlich... Oh, warte mal. Erstmal... Erstmal kleiner machen. Ich hab ihn zu groß gemacht. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Okay, okay. Easy. No Items. Video Surveillance. People going... Okay. Keine Objekte. Hab ich verstanden. Finden sie nicht geil? Understandable. Weil sonst würden die Rätsel kaputt gehen. Okay, 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 okay. Wieder Schachraum. Ähm... Mehrere Wege. I like that. Okay. Kunst oder kann das weg? Ähm... Okay. Okay, 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 okay. Ja, so ein bisschen Lost Woods hier, wa? Ja, da vorne ist der Ausgang. Or is it? No, 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 no. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay, der Schalter öffnet die Tür. Cool. Der öffnet die. Ich hab aber nichts in dem Raum. Moment. Ähm... Okay, think outside of the box. Das Schild ist schief. Ah. Oh, wait. Ja. Okay. Ja? Reicht, glaub ich. Okay, okay, got it. Got it, got it. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt Orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Okay. Okay. Machen wir mal. Äh. Cheese. 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 The cheese of truth will help me. Don't worry. Ich kann doch da bestimmt dann gleich vorbeischießen. Ja, sorry. Ich, ich... Wenn ich den anständig grabben könnte. Nein, ich... Perspektive und so. Oh, oder so. Aha. I'll take it. Okay, okay, okay. So, und jetzt umschauen. Boxen, Wände. Wände, die nicht stabil sind. Okay. Jetzt verstehe ich auch mit den Physics. Ich kann die Dinge nicht dagegen pushen. Sie müssen reinfallen. Okay. Und jetzt sind wir ausgebrochen. Und jetzt sind wir ausgebrochen. Ich meine, wir mussten ausbrechen. Alles gut. Ich glaube, wir sind noch komplett auf dem richtigen Weg. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest. Ja, äh... Are you kidding me? Ich hätte auf den Boden schauen sollen. Nein. Loading. Loading? Ah, okay. Wir sind wieder aufgewacht. Oh, doch nicht. Suit B. Suit B. Suit F waren wir. Okay. Private. Ah, okay. Wobei Private natürlich immer am interessantesten ist. Äh... Eine Uhr einstempeln. Schachspiel. Blaue Figur. Mhm. Dream Soda. Random Soda. Mini Soda. Okay. Nehmen wir mit. Okay. Wir sind nicht aufgewacht. Wir sind definitiv nicht wach. Okay. Shit. Ähm. Fire Alarm ist. But it didn't do shit. Ah, alright, alright, alright. Wir nehmen die Soda mit. Wait. There's an exit. Okay. Ah, okay. I'm just slightly confused. Oh, ähm. Exit temporarily removed. Yeah. Hab ich mir fast gedacht. Oh, das ist nur ein Spie... Okay, es ist kein Spiegel. What the fuck? Oh. Was? Okay. Ja. Mhm. Perspektive. Aha. Mhm. Okay. Aber jetzt würde ich schon fast wissen wollen, was der andere Weg noch birgt. Naja. Nice. Immer praktisch. Immer praktisch. Okay, die Türen. Nee, 155. Vor allem, das ist jetzt ein Hotel geworden. Warum auch immer. Und ich wette, das hilft mir rauszukommen. Wait a minute. Ja. Ja. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Moment. Na, gut genug, würde ich behaupten. Oh. Können wir hier Dinge tun? Aber da. Da können wir Dinge tun. Okay. 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 Ja, easy. Einfach ausgebrochen. Ob mir das hilft, weiß ich nicht. Aber... Oh. Oh. Mein Name ist Dr. Glenn Pierce. Und ich würde gerne mit Ihnen sprechen, über das, was speziell zu sein. So speziell, in fact, dass wir keine Ahnung haben, wo Sie sind. Aber nicht zu worryten. Wir arbeiten an das. Moment, bin ich bei der Therapie? Hm. Okay, ne? Wir machen diese Therapie und, äh... Wahrscheinlich liegen wir in einem Koma? Sie kriegen mich wahrscheinlich nicht wach. Goddammit. Okay. Alles, alles... Alles gut. Alles gut. Passiert dem Besten... Oh, das ist cool. Okay, okay. Ich habe gehofft, dass da was rauskommt. Ich habe nicht mitgerechnet, dass das wirklich passiert. Das könnte reichen. Und wir nehmen natürlich mit. Und ziehen alle Feueralarmen. Schalter, die wir finden. Nochmal. Aha. Es ist schön. Okay. Okay. Ah. Moment. Irgendeine Blumenwase. Wait. Irgendeine Blumenwase. Oh. Oh. And then. Ah. Okay, got it. Äh. Was? Ich meine, solange es funktioniert. Und immer mitnehmen. Wichtig. Und Feueralarm ziehen. Auch wichtig. Okay, der Exit ist kaputt. Wir müssen... ...da hoch? Ja. 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 Aha. Äh. Aha. Oh. Ja. Okay. War richtig. War richtig. War richtig. Das würde ich aber schon noch gerne wissen. Also die Neugier, ne? Man muss ja schon mal gucken hier. Okay, das ist gar nichts. Ja, okay, okay, okay. Wir nehmen unseren Trusty Cube mit. Oh, die Stimmung ist einfach komplett ne andere. Okay. Ja, sure, why not. Keep me up to date, Doc. All good. All good. Button. Roter Button? Tut nichts. Hier können wir so halb durchschauen, aber da sehen wir nichts. Hm. Okay. Oh, okay, okay, okay. Warte mal. Schachfigur, Schachfigur. Ah, wir kommen nicht weit genug nach hinten. Moment, 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 Moment. Das wäre doch gelacht. Oh, okay. Wait, haben wir zwei Wege? Wir haben zwei Wege. Wir haben... Okay, wir haben wieder zwei Wege, Leute. Wir haben die Tür und wir haben aber mysteriösen Hangar, der so aussieht, als ob ich gleich sterben würde. Wir sind wohl此ova. Wir haben ja jetztensено. Einmal gotten, das war ich motive. Wir brauchen die Musik.